Das hätten sie damals mal erleben müssen. Das hätten sie erleben müssen. Aber ernsthaft, das war ja größer, wie ihr den Riesen umgehauen hast. Wie so ein Baum ist der gefallen. Boing! Naja, ihr lernt das, ihr lernt. Ich boxe nämlich. Ich trainiere dich nur dann weiter, wenn du dich wirklich aufs Boxen konzentrierst. Und das bedeutet, du musst richtig arbeiten. cccccccccccccciu Ich wusste nie, bin ich aus dem Kopf rausgekommen. Nee, du, nie hat man mir was geschenkt, nie. Ich habe mir immer nur die Angst gehabt, dass man mich blöd schlägt. Verstehst du, blöd? Dann habe ich da. Ja. Den Bubi müssen wir unbedingt wieder bringen. Das ist unmöglich, der Junge ist krank.